Hallo, ich heiße Stupsi und das ist Schnuffel. Wir schmücken gerade den Weihnachtsbaum. Plötzlich fällt die Lieblingskugel von Stupsi runter. Stupsi weint. Schnuffel entschuldigt sich. Stupsi geht schlafen. Danach bastelt Schnuffel eine neue Kugel für Stupsi und legt sie unter den Weihnachtsbaum. In der Nacht kommt der Weihnachtsmann. Am nächsten Morgen packen sie die Geschenke aus. Schnuffel bekommt eine Decke und Kohl. Stupsi bekommt zwei Möhren und die Kugel von Schnuffel. Sie haben noch einen schönen Tag. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020